Endlich wieder im Kino. Der Film, mit dem die berühmte Winnetou und Old Shatterhand-Serie begann. Mein Bruder. So Freunde, das ist mein Spiel. Doch, ihr wisst es. Winnetou! Los, da rüber! Wo ist der Schatz im Silbersee? Antworte! Oder ich blase das Hirn aus deinem verdammten Schädel! Der Schatz? Das ist eine lange Geschichte. Die kann man nicht so einfach... Dann mach sie kurz! Los, rede! Also angefangen hat die Geschichte auf Butlers Farm. Ein lang ersehntes Wiedersehen mit dem ersten Film nach einem Erfolgsroman von Karl May. Der Schatz im Silbersee. Ein Traum ihrer Jugend ist Wirklichkeit geworden. Sie erleben im Film den Zauber des großen Abenteuers. Erzähl mal, wie es weiter ging. Ich war gerade im Begriff, eine Papilio-Polyminister-Parin da zu fangen, da passierte es. Der Strolch versucht doch nur Zeit zu gewinnen, Hilton. Ich bekomme den sehr schnell zum Reden. Mach dein Maul auf, du, oder ich skalbiere dich! Zu spät? Humor und atemlose Spannung machen diesen Film zu einem unvergesslichen Erlebnis. Old Shatterhand und Winnetou in dem herrlichen Karl-Mai-Film Der Schatz im Silbersee. Und der Schatz? Hä? Was für ein Schatz? Hä? Ach, der Schatz. Den hab ich ganz vergessen. Los! Nun reiten sie wieder. Old Shatterhand! Rettet euch! Sie brauchen die Namen nur zu hören. Aber Sie sollen die beiden unsterblichen Helden der schönsten Karl-Mai-Romane auch sehen. Und zwar in dem Cinemascope-Farbfilm Der Schatz im Silbersee. Berühmte Stars als Helden des Wilden Westens. Lex Barker als Old Shatterhand. Götz George. Herbert Lomm. Karin Dohr. Marianne Hoppe. Eddie Arendt. Ralf Wolter. Und Pierre Brice als Winnetou. Ein großes Erlebnis für Jung und Alt. Die Romantik des Wilden Westens ist wieder auferstanden. In dem berühmten Karl-Mai-Film Der Schatz im Silbersee. Winnetou und Old Shatterhand erwarten sie. Mannene Disikus. Hun hat sich nämlich halt, wie der Hof in den Blick war. In dem berühmten Karl-Mai-V loop. Vielen Dank. Mannene Disikus. brokersverlete haben sich die Rangearbeiten. iums betit die Pf bullied verband ist.